Die Kollegen von der Mordkommission hatten zwei Morde in Folge. Immer am selben Tag im Jahr, immer zu Karneval. Und in vier Tagen ist es wieder so weit. Die könnten ihre Hilfe gebrauchen. Der Kannibale. Menschen fressender Frauenhasser. Menschen fressen, weil man weiß, dass der Täter sie den Opfern wegschneidet. Sollte das tatsächlich ein Serienkiller sein, dann haben die ein Problem. Wenn die Masken aufgesetzt werden, dann fallen die in Wahrheit, verstehst du.